Ich hab das schon verstanden, aber wie kann man nur die Mona Lisa als Staat anfangen? Der ist doch locker lustig. Ihr nehmt jetzt das kleinste Loch, was es gibt, ja? So das von deiner Mutter. Und sobald einer ansetzt, halt die Schnauze. Sobald, sobald, mein Gott, so lustig war das gar nicht. So, ich würde das lieber schon drüber machen. Damit war es eher ein Kompliment, wenn es das kleinste Loch ist. Nicht so groß wie deine Mutter. Ohne als Blackburn. Das kriegen wir hin, oder? Warte, stopp, stopp, stopp. Können wir nicht mit Absprechen machen? Ne, ohne Absprechen. Ich zieh hier diese Linie. Was machst denn du mit der Linie jetzt? Ihr habt doch alle das gleiche Bild, oder Janus? Hast du das gleiche Bild? Na, das... Ja, denke ich doch. Das ist das Bild, wo wir es reinmalen müssen, oder was? Das ist das Bild, wo wir es reinmalen müssen, ja. Und jetzt mit Farbe. Also mit der richtigen Farbe auch. Ich mach mal hinten den Hintergrund. Ohne Ansagen. Achso, echt mal stimmt da scheiße. Alter, das ist falsche Farbe. Die Hand hat einfach... Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist voll real. Musst du mal kurz rüber gehen, Neville. Sorry. Ja, kein Ding. Das ist so behindert. Das ist so... Das ist ein bisschen dunkel, ne? Das hat die schwarze Ohren, oder was? Ja, da... Na klar, hier unten! Na welchen soll ich nehmen? Leute wir nehmen nur noch die kleinen Dinger, man. Warum nehmt ihr denn die großen Löcher? Ich spiele das nur mit dem kleinen. Das ist pink, Alter. Hast du pinker Haut? Bist du ein Schwein? Jan, Dennis, nur mit dem kleinen. Ach so. Bist du jetzt... Bist du jetzt stark für das Gemälde hier? Na gut, dann machen wir aber mit dem großen, ist ja okay. Warte, ich will die Kleidung... Ich glaube, die hat hier noch so leichte Strähnchen. Die Hände sehen ein bisschen scheiße aus, jetzt. Die hast du voll verdeckt, man. Bist du dumm. Mh. Musst du neu markieren. Jan ist normal, halt. Ey sick, hast du den Bizeps von Mona Lisa, Alter? Guck dir mal den Bizeps an, hier. Genau. Wow, warte mal, der Hals fehlt noch. Mal Doppelgehen. Will den mal hier reinmalen. Seht der auch schon von den Titten hier. Was ist denn das für ne Kackspalte? Ich find's leicht romantisch. Die dicken Nippe. 4 3 4 der Kopf das ist die Schulter drei Meter Meter rechts das müssen wir echt irgendwie auf das machen wie Bock das das richtig tun und mit dem Brauen wir müssen hier noch mehr die Haare brauner machen macht mal richtig braun die Haare ja ich glaube hier stehen ein paar Bäume oder so wie hässlich alter vor allem ihr hättet das auch einfach ausfüllen können mit dem Ausfüllgerät ja aber so ist das wo ist das Ausfüllgerät da siehst du doch da bei dem mal zurück hier dann hier wie die fehlt das finde ich so wützgeil mann so ne Farbe das ist gut das war ja das war ordentlich etwa das ist so falsch was ist denn das für ne Hand alter die ist genau andersrum überschlagen die muss andersrum stimmt erinnert das mal jemand hier kannst du wieder nicht ne warte mal ich hab 3D vollkommen Verschüss Gedächtnis das alter ah fuck jetzt wollte ich das wollte ich gar nicht das war zu dick scheiße ne ne das war es wohl nicht wir machen jetzt alles aus der 3D in die Hand oder was was ist denn mit dem Hals passiert auf den Punkte da was ist denn das was ist denn das hier wo ist denn der Punkt ey was sind das für dicke Dinger hier ey was sind das für dicke Dinger hier ey dann kann man hier ich gibts doch bestimmt so ein Tool wo du die Farben erkennen kannst oder was ne es ist wie jetzt so und so und das müsste passen ne es ist so weiß jetzt wär die Kuckucksklan ey das Haar geht leicht über die Schulter so pfff und leicht und quält ein bisschen im Wind pfff jetzt hat ihn geschwollen den Hals du musst die Berge malen wo sind was macht denn ihr ey das ist nur das Haar was so leicht wir müssen ein bisschen Fantasie mit reinbringen oh scheiße oh Dennis du hast ja alles versaut mach weiß mach weiß ja ich hab das falsche Dings ausgewählt ich hab gesagt weiß du auch nicht das ist immer noch grau du kotzt mich an Dennis so jetzt Also der Hals zu den Midser Klos warte ich wissen was ich noch brauch was halt die Ferng 했 din halt an die häng ell at Application also der schalter und wird die schulter fehlt noch was auf mal jetzt künstlerisch stimmt hier aber du musst du doch ein bisschen gräulich machen ich helfe dir ich helfe dir also der hals ist ein bisschen dinkler so schwarz du willst der peter kippen kind hier weiß nicht so willst du hier mit todensacken das muss sich da unten so ein bisschen verbreiten das schwarze kleid stellt euch mal vor so sieht euer kind aus ich würd's lieben ich würd's abtreiben meine menschen haben es verdient zu leben die wollen so einen geilen kehlkopf hier ein weißes gesäß doch 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 das kommt jetzt noch zum rosa ich bin ja so ein farbkünstler das war kurz vengen gucken was da passiert so juhu zerapehdel nice ach ich mag ja die nippel Die Augen sind noch so ein bisschen blutig. Hatte ich gekämpft, oder was? Ja, man könnte es auch kennen. Oder? Echt so, ja. Das ist blocker Künstler. Ah, da fehlt noch ein bisschen. Das weiße muss noch ein bisschen schwarz. Ach, die hatte was mal oft hier. Ihr wisst, was ganz wichtig ist? Was denn? Dieses komische Statusteil, wo die ihre Hand ablegt, da auf diesem... Stimmt. Pass auf. Relativ dunkel, nicht? Ja. Oh fuck, falsche Schrift. Hier ist noch nicht so eine Straße. Der war halt schlau. Aber jetzt hab ich mit Blau reingemischt. Sorry. Oh, leg mich doch am Sack. Ja, man geht hoch. Was wird denn das jetzt da? Das ist eine Straße, die da links ist. Ich sieh nicht. Ach so, ja. Ich gehe direkt in den Fluss. Zwischen zwei Bergen. Da ist das. Und nicht erst mal... Die sind hier drin. Das ist eine große Sache. ... der hat da. Und dann hat das ein paar andere, oder? Keine Frage. praktisch Kota für mein Gott zu dritt die Mona Lisa da wir haben werden dann alle online müssen müssen in dem Programm und wir haben gesagt wir mal alle gleichzeitig die Mona Lisa und gucken was rauskommt hier würde ich im Vergleich ist es im Allemann oder gleichzeitig hier ist Janne schreibt Hallo Kerstin erhält aber ich dass ich das jetzt sein soll abdach abdach st ich komme jetzt mit ja bei der Nice. Wo gehst du hin? Rauch. Achso. Gehen wir auch alle rum? Nääääää. Was denn keine Kippengräber? Ja, ich find's schön. Janus und Dennis. Ja. Richtig geil, oder? Gut, ich geh jetzt meine auch. Ich geh auch hin!